Leute, ich habe gestern bei Amazon Prime Video eher zufällig eine Show entdeckt, von der muss ich euch erzählen. Wir sind ganz ohr. Das Ganze heißt LOL, Last One Laughing und wird präsentiert von Michael Bulli-Hörbick. Was ist das für die Show hier? Die Show ist so eine Art Battle Royale meets Big Brother mit Komikern. Die ultimative Try Not To Laugh Challenge. Zehn Komiker haben sechs Stunden Zeit, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal gelacht hat, fliegt aus dem Spiel. Da wird auch vor körperlichen Selbstverstummelungen nicht halt gemacht, um den Sieg davon zu tragen. Beim Titel war ich etwas skeptisch. Ich dachte zuerst, das wird so etwas erzwungen Witziges. Aber spätestens mit der zweiten Folge hatte mich die Serie dann. Hab gedacht, es wird ein leiser Furz. Dann kam mir noch etwas nach. Es ist fantastisch, den Zehn dabei zuzuschauen, wie sie mit großen Späßen und kleinen Albernheiten versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Oh, ich will nicht mehr bekehlen. Und wie sie mit sich kämpfen, um nicht selbst vor Lachen zu platzen. Ich schmeiß mich einfach weg über das, was die da durchmachen da drin. Die zehn Comedians sind Wiegald Boning, Anke Engelke, Max Giermann, Rick Kavanian, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Mirko Nontschew, Barbara Schöneberger, Thorsten Sträter und Teddy Teclebran. Leider sind bislang nur die ersten beiden Folgen verfügbar. Ich hätte gern die komplette Staffel durchgebincht, auch wenn ich danach Bauchschmerzen vor lauter Lachen gehabt hätte. Wenn ihr die Serie auch schon geschaut habt, schreibt mir doch in die Kommentare, was euch bislang am besten gefallen hat. Das ist der beste Job, den ich je hatte. Ich freue mich schon, wenn am Donnerstag die nächste Folge erscheint. Bis dahin, dank euch fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald.